teil 3 dieser kleinen pädagogik reihe pädagogik ist einfach in teil 2 vorher noch eine bemerkung wenn ihr oben links oder teaser erscheinen dann geht da ruhig rauf ihr könnt euch da praktisch noch mal informieren worum es ging das werde ich jetzt auch machen das ist nämlich hier teil 2 aber den werde ich jetzt nicht laufen lassen sondern ich wollte nur noch mal darauf verweisen aber da direkt sich das video dafür anzugucken das geht hier über diese links oder dann zum schluss gut da ging es ja um das geheimnis für fast alles und da habe ich eine kleine aus einer kleinen geschichte vorgelesen hier von diesem buch von napoleon hill also es geht nicht um nachdenken doch das darum schon aber nicht um reich werden sondern lediglich um diese geschichte und ja das war so ein kleines rätsel und da kam natürlich eine zuschauerfrage und da vermutete jemand ist das mut und hartnäckigkeit ja natürlich ist es strenge lehrer sind so die sind mutig und hartnäckig sie sind stark streng heißt stark aber dazu komme ich später noch mal also mut und hartnäckigkeit damit hat es auch zu tun aber nicht nur jetzt kommt die große frage und ich werde eine kleine teil auf lösung bieten es geht um hypnose jetzt denkt jeder vielleicht auch du liebe zeit soll ich damit pendel vor der klasse stehen und nein nein habe damit nichts zu tun noch mal ganz schnell zu dem thema hypnose das heißt eigentlich nichts anderes als dass man das bewusstsein also der teil des gehirns der für das tägliche leben sozusagen zuständiges kurz ausschaltet also das bewusstsein schläft sozusagen und das unterbewusstsein übernimmt und es kann dann frei arbeiten nebenbei das unterbewusstsein das ist der teil im gehirn der viel klüger ist als wir immer denken na nun warum denn das klüger ich bin klüger als ich selbst nein nein es geht um was anderes im unterbewusstsein sind alle erfahrungen eines menschen gespeichert alle nur schläft das unterbewusstsein oft weil das bewusstsein ist mächtiger das muss auch mächtiger sein und wir müssen uns ja im täglichen leben irgendwie orientieren können aber das unterbewusstsein das kommt dann schon ab und zu zur geltung und jetzt wieder zurück wenn darin alle erfahrungen gespeichert sind und das heißt wenn denken also wissen kombinieren bedeutet dann kann das unterbewusstsein ja besser denken effektiver denken denn es hat mehr wissen zum kombinieren zur verfügung ja wie man das unterbewusstsein mobilisiert das geht zum beispiel indem man das bewusstsein schlafen lässt nur einfach schlafen oder schlafen schickt also dazu komme ich aber später noch mal kann man gerne noch mal besprechen wenn dazu interesse besteht man kann auch das bewusstsein mal blockieren dann übernimmt automatisch das unterbewusstsein aber wie blockieren ich hoffe diese störung die jetzt hier kommt werden die handwerker raus ist nicht allzu gewaltig wie blockieren das bewusstsein damit unterbewusstsein arbeiten kann zum beispiel durch überraschung na nun jetzt könnte man ja denken kann man das nicht nutzen also zum beispiel im unterricht läuft alles super und eigentlich gut vorbereitet der unterricht läuft richtig und es macht spaß die kinder hören zu und denen macht es auch spaß aber einer kann einfach nicht folgen vielleicht fehlt ihm was vielleicht ist das viel zu beschäftigt mit irgendeinem problem er kann dem unterricht nicht folgen mit anderen worten er ist abgelenkt lenkt andere ab quatscht also man hat ihn ermahnt und es hat nur kurz gefruchtet aber quatscht trotzdem immer weiter was tun ja was tun ich lese mal was vor und ich mache das ganz bewusst so weil ihr könnt euch das dann in ruhe durchlesen bzw ich werde es unten in der video beschreibung dann noch mal zitieren und zwar ich lese es einfach vor und wir werden dann uns noch mal damit beschäftigen worum es geht aber was tun wenn das maßvoll ist was wenn der schüler nicht hören will was tun wenn das tagellegeverhalten sich zu oft wiederholt auch wieder ganz einfach allerdings sehr 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 sparsam einzusetzen brüllen sie den schüler kurz an aber mit voller kraft schmeißen sie ihn raus schicken sie ihn zum teufel zum beispiel zum direktor warum sehr sparsam damit sich niemand daran gewöhnen kann warum so laut aber kurz damit der schüler erschreckt und somit vollkommen überrascht ist ein überraschter mensch leistet wenig und schwache gegen wer weil das bewusstsein blockiert ist und er denkt plötzlich und bewusst anders warum nur kurz ganz einfach damit sie nicht nach worten suchen müssen und sich dann eventuell durch allzu komische versprecher lächerlich machen nebenbei im falle der häuslichen erziehung kann es anbrüllen und das aus dem zimmer verweisen genauso gut eingesetzt werden gut das dazu ich glaube jetzt habe ich vielleicht noch ein rätsel aufgegeben aber wenn man noch mal über die worte mit dem unterbewusstsein und dem bewusstsein nachdenken wird das eigentlich ganz klar worum es hier auch geht das also und das ist tatsächlich ein kleiner hypnotischer teil dass man also das ganz bewusst einsetzen kann fassen wir aber noch mal zusammen absolut sparsam einsetzen sehr sehr sparsam warum damit sich niemand daran gewöhnen kann gewöhnung bringt dann keine überraschung mehr gut ich hoffe jetzt habe ich noch weitere rätsel aufgegeben bzw ein klein wenig zum rätsel der geschichte in teil zwei beigetragen um dieses zu lösen leute denkt drüber nach drüber nachdenken das macht es aus ich kann nicht viel erzählen selber drüber nachdenken das macht schlau gut ich wünsche euch was schönes liebe kollegen macht's gut tschüss